Ich verhandle halt über Apfel. Der ist scheiße, der ist scheiße anzureiten. Der ist scheiße anzureiten. Ich bin voll im Busch geritten. Der ist so quer, der ist so quer. Kopf zum Busch und Arsch war schon weg vom Sprung. Ich habe die Mädel auch keine Kröpfchen. Ich habe keine Kröpfchen. Merchweihend. Ja, ja. Rückkopfchen ist gut. Absprung? Schlimm oder? Ich habe sie einmal gezogen. Einmal zwei. Bleiben oben! Bleiben oben! Bleiben oben! Huch! Lass dich fallen! Hast du das Video? Hast du das Video, ja? Hör auf, Alter! Alter! Hör auf! Auf! Hör auf! 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 Ab! Ja! Komm! Sie hat es nicht gehört. Genau, sie hat es nicht gehört. Reiß, 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 reiß! Komm! Ja! Ja!